Was würde passieren, wenn wir es nicht veröffentlichen? Wir werden verlieren. Das Land wird verlieren. Darf ich dir eine hypothetische Frage stellen? Oh je, ich mag keine hypothetischen Fragen. Ich glaube, die richtige Frage magst du auch nicht. Hast du die Papiere? Noch nicht. Das ist ein eklatanter Sicherheitsverstoß. Kommt die Quelle aus dem Pentagon? Die geheimsten Dokumente über den Krieg. Die Times hat 7000 Seiten, die genau beschreiben, wie das Weiße Haus 30 Jahre lang über den Krieg in Vietnam gelogen hat. Sie haben gelogen. Das muss ein Ende haben. Kay, die Leute sind besorgt, weil eine Frau die Zeitung leitet. Dass sie nicht das Rückgrat hat, schwere Entscheidungen zu treffen. Danke, Arthur, für Ihre Offenheit. Machen wir unsere Arbeit. Findet diese Akten. Sie reden davon, jahrelang gehütete Regierungsgeheimnisse zu enthüllen. Ist das legal? Womit, glaubst du, verdienen wir hier unser Geld, Junge? Ben, ich hab da vielleicht was. Muss ja kostbare Fracht sein. Sind nur Regierungsgeheimnisse. Der New York Times wurde untersagt, weitere geheime Dokumente über den Vietnamkrieg zu veröffentlichen. Wenn wir das veröffentlichen, stehen wir nächste Woche vor dem obersten Gericht. Und das bedeutet, wir könnten alle ins Gefängnis kommen. Eine solche Entscheidung zu treffen. Ihr Vermögen und die Firma zu riskieren, die ihr ganzes Leben ist. Nun, ich finde das mutig. Wenn die Regierung gewinnt, wird es die Washington Post nicht mehr geben. Wenn wir sie nicht zur Verantwortung ziehen, wer dann? Wir können sie nicht zur Verantwortung ziehen, wenn wir keine Zeitung haben. Nixon wird die ganze Macht seines Amtes nutzen. Und wenn es einen Weg gibt, dich zu vernichten, bei Gott, dann findet er ihn. Ich bitte dich um deinen Rat, Bob, nicht um deine Erlaubnis. Das darfst du nicht tun. Das Vermächtnis der Firma steht auf dem Spiel. Was würde passieren, wenn wir es nicht veröffentlichen? Wir werden verlieren. Das Land wird verlieren. Was werden Sie tun, Mrs. Graham? Was? Was? Vielen Dank.